Moin! Hier wollen wir mal das Induktionsgesetz anwenden und zwar an einem magnetischen Kreis. Und im Laufe dieser Rechnung werden wir uns mal auch genauer ansehen, welches Vorzeichen die induzierte Spannung eigentlich hat. So, wir haben hier einen magnetischen Kreis gegeben und wir kennen seine Eisenweglänge und seine Querschnittsfläche und seine Permeabilität. Und dann sind hier drei Spulen um diesen Kern rumgewickelt. Zwei davon laufen leer, aber die erste Spule wird von einem Wechselstrom durchflossen. So, und jetzt haben wir ein paar Aufgaben zu erfüllen. Und zwar als erstes sollen wir ausrechnen, wie groß eigentlich der magnetische Widerstand dieses Kreises ist. Na ja, wir wissen inzwischen, so einen magnetischen Kreis kann man als elektrisches Ersatzschaltbild zeichnen. Da haben wir eine Durchflutungsquelle von unserem stromdurchflossenen Draht und eben in diesem Fall einen magnetischen Widerstand von dem Eisenkern. Und diesen magnetischen Widerstand können wir mit der uns bekannten Formel berechnen. Das ist einfach die Länge des Eisenweges geteilt durch die Permeabilität und die Querschnittsfläche. Als nächstes sollen wir ausrechnen, wie groß denn der magnetische Fluss im Eisenkern ist. So, dafür müssen wir uns kurz überlegen, wie rum fließt denn dieser Fluss. Und dafür benutzen wir unsere rechte Handregel. Ihr erinnert euch, der Daumen zeigt in Richtung des Stroms und die Finger zeigen in Richtung des magnetischen Feldes, das um ein Leiter entsteht. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, für den Strom, der da in diese Spule 1 reinfließt, da wird dann der Fluss offenbar nach oben weggehen. Okay, und das heißt jetzt in unserem elektrischen Ersatzschaltbild, dass die Durchflutung in die andere Richtung zeigen muss, denn da haben wir das Erzeugerzähl-File-System. Da zeigen dann Durchflutung und Fluss in entgegengesetzte Richtungen. Okay, und mein Fluss geht hier also dann so im Uhrzeigersinn durch mein Ersatzschaltbild durch. Gut, das Ganze berechnen wir jetzt mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes des magnetischen Kreises. Und das sieht so aus, da müssen wir jetzt die Durchflutung durch den magnetischen Widerstand teilen. Okay, magnetischen Widerstand kennen wir schon, da nehmen wir also den Kehrwert davon. Und die Durchflutung ist N1 mal den Strom, der da durchfließt. So, jetzt sollen wir noch die induzierte Spannung in die zweite Spule berechnen. Und da nehmen wir uns jetzt mal ein bisschen Zeit für. Also grundsätzlich müssen wir das Induktionsgesetz anwenden. Und da ist es jetzt in der Literatur unterschiedlich. Manchmal steht da beim Induktionsgesetz ein Minus davor und manchmal nicht. Und ja, jetzt gucken wir uns einfach mal an, wie rum denn in diesem Fall das Vorzeichen sein muss. Und zwar haben wir doch jetzt einen magnetischen Fluss, der durch den Kern geht. Und weil der Strom, der diesen Fluss erzeugt, sinusförmig ist, ist der Fluss auch sinusförmig. Gut, das heißt, durch meine Spule mit der Windungszahl N2 geht ein sinusförmiger Fluss durch. Der ist also zeitabhängig, darum wird da eine Spannung induziert. Okay, wir haben schon mal eine Spannungsrichtung eingezeichnet. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir würden an diese Klemmen mal einen Widerstand anschließen. Okay, wenn die Spannung denn jetzt so rum abfällt, wie wir sie eingezeichnet haben, dann würde doch durch den Widerstand ein Strom fließen, der in diese Richtung gerichtet ist. Das ist das Verbraucherzählpfeil-System. Und jetzt wenden wir mal wieder unsere rechte Handregel an und gucken mal, was dieser Strom denn eigentlich für einen Fluss im Kern erzeugt, wenn er so rum fließt, wie hier eingezeichnet. Und da stellen wir fest, dieser Fluss würde in diese Richtung hier zeigen. Ja, und das ergibt Sinn, rein physikalisch, wenn wir denn jetzt nämlich auf der rechten Seite einen Widerstand anschließen. Dann entnehmen wir doch unserem Magnetkern Energie. Und entsprechend muss dieser Strom, der dann durch den Widerstand durchfließt, den magnetischen Fluss abschwächen. Und von daher haben wir jetzt rausgekriegt, jo, unsere Spannung zeigt in die richtige Richtung. Wir können weitermachen. Ja, jetzt müssen wir einfach nur noch den Ausdruck für den magnetischen Fluss einsetzen. Den kennen wir ja schon. Und da stellen wir fest, die einzige zeitabhängige Größe ist unser Strom. Alles andere können wir aus der Ableitung rausziehen. Und ja, jetzt setzen wir da den Ausdruck von dem Strom ein, der in der Aufgabe gegeben ist. Und stellen wir fest, okay, wir müssen Sinus Omega 0 T ableiten. Daran denken, innere Ableitung mal äußere Ableitung. Da kriege ich also jetzt diesen Ausdruck hier raus. So, und zum Schluss sollen wir auch noch mal die Spannung berechnen an der dritten Spule, die so über beide Schenkel von diesem Magnetkern so rumgewickelt ist. Ja, grundsätzlich gilt hier auch das Induktionsgesetz. Und jetzt überlegen wir mal, was passiert denn da eigentlich? Also wir haben jetzt einen magnetischen Fluss, der geht hier oben durch unsere Spule durch. Aber auf der anderen Seite geht doch derselbe Fluss auch durch die Spule durch, aber in unterschiedliche Richtungen. Und das heißt, in Summe ist der Fluss durch diese dritte Spule hier 0. Und darum wird hier auch keine Spannung rein induziert. Und das heißt, in Summe ist der Fluss durch diese dritte Spannung. Und das heißt, in Summe ist der Fluss durch diese dritte Spannung. Und das heißt, in Summe ist der Fluss durch diese dritte Spannung.